Mein Name ist Paul Rübig, ich komme aus Österreich, bin Mitglied im Europäischen Parlament, bin zuständig für den Ausschuss für Energie, Forschung, Telekommunikation und natürlich auch für den Haushaltsausschuss und das macht natürlich große Freude, wenn man sieht, dass sich in Europa tatsächlich noch immer sehr viel in die richtige Richtung bewegen lässt. Das Entscheidende ist eigentlich, dass man wettbewerbsfähig ist und bleibt. Faktum ist, dass wir 60 Prozent unserer Rohmaterialien in Europa importieren. Wir haben das Problem, dass in den letzten zehn Jahren die Preise um über 300 Prozent im Durchschnitt gestiegen sind und auch bei der Energie, wo wir 50 Prozent importieren und immerhin pro Jahr 500 Milliarden Euro hier erarbeiten müssen, genauso wie bei den Rohstoffen 200 Milliarden Euro, das macht gesamt 700 Milliarden Euro, die wir erwirtschaften müssen, um diese Dinge importieren zu können. Und Rohmaterial und Energie ist natürlich die Grundlage dafür, um international konkurrenzfähig zu sein. Wenn man sieht, dass Amerika derzeit Schälgas um zwei Drittel billiger einkauft, dass Rohmaterialien in China zu einem Bruchteil des Preises angeboten werden, dann muss man sich schon Gedanken machen, wie wir Europas Wirtschaft in Zukunft weiter in Wachstum halten können. Das ist insbesondere auch im Exportbereich und Europas Wohlstand hängt zum großen Teil von einem funktionierenden Export ab. Und deshalb bemühen wir uns, hier neue Strategien zu entwickeln, gerade im Rohstoffbereich und im Energiebereich, glaube ich, wäre es notwendig, so wie wir die Natura 2000 auf der einen Seite haben, die langfristig festlegt, welche Gebiete für die Biodiversität besonders wichtig und schützenswert sind. Genauso brauchen wir aber auch die gleiche Gesetzgebung für Infrastruktur, für Rohmaterialienabbau, für zukünftige Verkehrsflächen, um für die nächsten Generationen auch den wirtschaftlichen Aufschwung dementsprechend mitgestalten zu können. Also entweder eine Gleichberechtigung der beiden Systeme, Umwelt und Infrastruktur, Industrie, oder, so wie Präsident Barroso das vorgeschlagen hat, wir geben die Natura 2000 zurück an die Nationalstaaten oder noch besser an die Regionen in Europa, weil hier lokale Produktion in erster Linie auch von den Bürgerinnen und Bürgern aus den Regionen entschieden werden soll, beziehungsweise von ihren Vertretern. Und damit natürlich eine neue Wettbewerbsfähigkeit in Europa gestaltet werden könnte. Zielsetzung der Europäischen Union ist eigentlich 20% durchschnittlich Industrieproduktion vom Bruttonationalprodukt wieder zu erreichen. Wir stehen bei etwas mehr wie 15%. Deutschland und Österreich liegen deutlich darüber. Frankreich und Griechenland sind am hinteren Ende zu finden, deshalb auch in diesen Ländern ein großes Krisenszenario und deshalb überlegen wir, wie wir in Zukunft eigentlich Industrieproduktion wieder in Europa effizient gestalten können, preiswert gestalten können, nachhaltig, auch ökologisch nachhaltig dementsprechend gestalten können. Und das ist die Herausforderung, um die wir uns anzunehmen haben. Rohstoffeffizienz wird hier eine große Rolle spielen, genauso wie die Energieeffizienz. Wir werden in den nächsten Jahren 140 Millionen Häuser in Europa energetisch sanieren müssen. Wir werden neue Baustoffabbaugebiete definieren müssen. Es werden hier große Summen in Zukunft bewegt und viele neue Arbeitsplätze entstehen können. Und deshalb braucht Europa hier eine zusätzliche Positivstrategie, um wieder die Hoffnung für eine gesunde und nachhaltige Zukunft den Bürgern zu ermöglichen. Nachhaltige Gebäudestrategie ist schon ein Teil unserer Gesetzgebung. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass Regierungsgebäude pro Jahr ungefähr 3% Energieeffizienz gewinnen sollen. Normale Haushalte über 1% im Durchschnitt. Also hier ist ein enormer Sanierungsbedarf, der sich abzeichnet. Das führt natürlich auf der einen Seite zu einem geringeren Energieeinsatz und bei einer Steigerung der Effizienz natürlich zusätzlich mit erneuerbarer Energie, wo dann die variablen Kosten des tatsächlichen Energieeinsatzes Richtung Null gehen. Während die fossilen Energieträger schon bei 150 Dollar waren und die Gefahr schon bestanden hat, dass das einmal auf 1000 Dollar geht, haben wir bei überdurchschnittlichem Wind sogar Negativpreise. Also hier kommen neue Fragen der Energielagerung, der Versorgungssicherheit auf uns zu und das ist natürlich für die Industrie eine große Herausforderung, aber vor allem auch eine Riesenchance. Wir leben nach dem Prinzip Hoffnung und ich glaube, hier haben wir eine große Hoffnung, dass diese Industrie einen ganz beachtlichen Teil an Wachstum in Zukunft generieren kann und das wollen wir von der europäischen Politik her gerne unterstützen.